Als die CDU ihr Bundestagswahlprogramm vorgestellt hat, habe ich gesagt, Chapeau, da wird der richtige Schwerpunkt gesetzt. Familienpolitik steht dort ganz klar auf Nummer eins. Da geht es ums Baukindergeld, da geht es um die Steuerfreistellung beim Erwerb der ersten Immobilie. Die hessische Landesregierung stellt ab Sommer nächsten Jahres die ersten sechs Stunden für den Kindergarten gebührenfrei. Ich denke, das geht alles in die richtige Richtung. Untertitelung des ZDF, 2020